Philipp, der Homo, Jul! Mein Geist! Sag's mal, dass der Philipp heute weg ist. Also der Philipp ist voller AFK. Der spielt beim Kacken. Und spielt jetzt mit uns. Der sitzt auf jeden Fall nicht unter der Decke. Ist ja nicht voll aufgeregt. Ich schau einfach mal dagegen und schau was passiert. Ich bin doch da! Hey, Jul! Jul! Hey, da ist er! Für Philipp, ja. Ich muss hier wieder reinkommen in die Moves. Oh, ja! Und der Ball war Feuerball. Das sehe ich schon mein Lieblings. BAM! So ein gerade Feuerball! So ein gerade Feuerball! So ein gerade Feuerball! Alter, der legt ja voll. Sag mal, man! Ey, ich hab gerade in die Kamera guckt. Der beim Feuerball ist das erste Mal Glück zum Moves. Warum? Warum kann ich Maxi drehen, Jun? Warum? Hey, wir gehen mit Maxi drehen, Jun? Hey, wir gehen mit Maxi drehen, Jun? Warum ist Maxi drehen? Warum ist Maxi drehen? Oh, das stimmt! Er ist geflasht, jetzt mach hin, ey! Äh, du musst es versuchen! Nein! Das ist im Winter, ey, nein! Ey, ich hab dir kurz kurz zu schocken. Ich rufe mal hier rein. Schau, was abgeht. Ist der Flasch? Ja. Oh man, Juh! Hallo, Lata! Ah, fuck der Ei! Hier gibt's ja den Side-Words-Schlag noch gar nicht. Aua! Hey, ich hab's doch geschafft, Mann! Bin ich awesome! Ja, Lata, du so brav! Noch nicht in die... Ja, bin ich dumm als ich... Ähm... Da kommt der Philipp. Oh, tut mir leid! Ja, du übersteck! Ey, das ist so ein Homo-Hobbit! Nein, hab doch, ja! Bitte! Höh! 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 Der war doch geflasht! Nein, hat er nicht! Schon lange nicht, boah! Du hast ungefähr die Flasch in seinen Arsch reingeworfen. Höh! 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 Das ist ne Falle? Ja! Ist er jetzt ne Falle? Ja! Echt, ohne Witz! Das ist so ein Trax-Game! Jetzt spielen wir nicht mehr, oder? Hör mal auf! Ja, hör mal auf! Jetzt hab ich wohl nicht gemacht! Ich glaub besser so! Ja, es ist halt jetzt so easy-peasy wie Penis-Kopf-Schwanz-Busch-Spiel Ich beeil mich ein bisschen, okay? Pass auf! Höh! 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 Jetzt gibt's gar keinen Sinn mehr, das wegzuschneiden und irgendwelche Sachen! Weil, dann müsst ihr... Jetzt ist scheiße drauf! Ihr könnt nicht zählen, wie schnell ich laufe! Dann mach jetzt nen Blödsinn vor der Kamera! Das seligste Sinn hat, dass du gestorben müsst! Mach doch Blödsinn! Ich hab'n Cheater und mach'n mit dem schneller Rennen! Das ist nicht witzig genug! Das ist so witzig, hey! Ich bin jetzt so viel von dem Kampf verpassen, Junge! Jadaaaah! Stimmt gleich! BAM! Ich muss den Cheater aber auch machen, bevor ich wieder reingehe, sonst... Oh mein Gott! So! Was geht da? Ah! Warte schon mal K.O.? Der ist gleich K.O. Macht euch aufs, äh, Ultra! Fick dich! Mach's euch auf Ultra! Ey, ich töne euch als erstes sie fucking cheeky praise! Und jetzt verwirrt! Fick! Fick! Und jetzt.. Fick! Fick! Und jetzt... Fick! Fick! Ich hab ungefähr ne... Alter, ist denkend der... Nein, was willst du machen? Ein Schlag! Ein ganzes Stück verkaufschwie behindert! Ah, jetzt hat... Eins! Zwei! Jetzt ist er verwirrt! Drei! Ja! Ja! Ja, ey! Ey, was kompliziert der da! wir spielen das Spiel ganz normal also wäre es auch gut den Schwanz oder sowas zu cutten um Sachen zu bekommen. Ja ich will den Flügeln machen. Aber. Gibt's ja auch sagen. Ich bin mir irgendwie trotzdem immer durchzukommen. Ja ich auch ich roll jedes Mal los. Aber ich weiß das ist nicht schafflich von mir wurscht. Wurscht. Ey ich sterb gleich wieder. Ich seh's schon kommen. Ja ich hatte ey wie viel HP hatte ich. Das will in der Aufnahme unbedingt sehen ey wie viel HP. Oh mein Gott fleisch den runter fleisch den runter fleisch den runter den Omo Hobbit. Gott ey ich muss nicht heilen. Jetzt ist ja schlecht in der Falle. Ah das Spielchen. Ich hab meinen Stift nicht bereit. Scheiße man ohne Audience kann ich das nicht. Stell ich mal hinter die Falle nicht das nur. Ich hab grad schrift mein Stift. Geh dafür nicht mal verrecken. Ja ich sag das mal zu dir. Ich bin gar nicht im Gebiet. Ja was sie besorgt. Ich hab das mal zitiert. Und ich hab's bieten. Ich bin cool. Oh mein Gott das schießt. So ich hab auch einer. Aber ich setze nicht ein. Gut. Die Bestellung aufnimmt. Die wäre es noch egal. Du musst es einfach nichts sagen. Das ist auch egal. Nein das wirkt echt keiner. Sowieso jeder der Monstrante spielt cheatert automatisch. Ich mach ne quescht im Leggegebiet und cheat. Das ist alles völlig logisch in der Community. Das ist das Standard. Also interessiert das eh keinen. Und wenn es einen interessiert dann ist mir egal. Oder die Interessen der anderen Leute mich nicht interessieren. Versteht? Dich desinteressieren die Interessen anderer Leutes Interessen. Ich hab einfach nur des Interessen. Ich hab einfach nur des Interessen an den Interessen von anderen Leuten. Scheiß gecheckt. Der staggert jetzt nach einem Schlag aber der rinnt nur dumm hin und her. Oh ja toll ich komm rein. Jetzt treff ich. Jetzt treff ich. Bin schnell genug. Komm her bitch. Staggerts. Nein das riskier ich lieber nicht. Oh mein Gott. Und ich hasse die Atacke. Hey komm wir machen mal ein wenig flasgi benj. Ja gute Idee. Voll daneben. Da 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 da. Da 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 da. Wollte da unten. Du f segur. nicht auf tausts Пisse. Na lass mich da stehen du Pisse. Woos ey mein PSP, kann nichts zu fühlen become. Ich hab bleich gehauen dennoch. du hast es immer nur fleisch also naja ist wie ich bleib gehauen nein ich habe auf dich bleib gehauen ich schaffte ihn ich schaffte ihn taylor ist war irgendwie soll es nicht gesehen dass der taylor ist danke für die information ja danke gut dass sie den so übel gefällt in der haupte in der haupte und zwar das ist wirklich verletzt wird ja auch mein Gott wo ist er da ich weiß wo er ist er da stehen hier reagiert doch der Kumpeljahr mit seiner Klubsaugen ich so hau mich wir sind auf dem Weg ich habe mich gut aus dem Weg die Städte also schon um die Hälfte Städte die Städte und Streichs ab und die Ausnahme von Mitgliedschen sind Junge das war nicht die Klappe Prozent Prozent jetzt fliegt die Idee wo ist der Fall hier bleibt hier oben und sprecht sich die Hieber mit seiner Boppen es fliegt er wieder weg das war die Reiflinge und den Zweiten aus der Luft das war sogar in der aufnahme ich weiß es kommt zu zweitens dreht und dann haben wir golf swing macht aus dem drehen und jetzt ist der behinder kann immer was machen wir haben rot gekocht das geht schon jetzt bleibt jetzt kommt das neben jetzt bleibt erwartet ist david super junger fangt auf mich und ist abkackt nach unten verschwunden er wird es ja war mir oben ja bei mir ist er da oben auf dem steil da drauf gestanden auch keine ahnung kommt einfach mal die sauerung zwischen auch das ist gut so ich ich stehe das ist gut was macht denn der kommentarismus im moment von der frau kommt er so oder jetzt die super duper gilt ich hatte der schießfeuer wird sie können fast so weit fliegen dass man auf das kaputt agro boy Hackerohu boi Leute, wie genau drauf landet Klar, das haben wir alles einplanet Und ich hab eine auch noch gelegt Und die ich auch neben Ja, Humpel Ey, cool, jetzt landet der Wettel genau in der Falle Ich tue mal Wetteln Tu das, Philipp Immer wieder Lust auf normalen Ich hab so Bock auf den Tigrex Ich liebe Tigrex Wow, wo lauf ich? Wo lauf Juuu Jetzt mach's die Falle Ziem, ziem, ziem Mach's Wollt ihr mich von hinten etwas? Ich wollte das mal nicht Das war so cool Wieso, ich möchte das wieder machen Ich wollte das wieder machen Wieso? Drei größere Raps, du bist Komm her, also die Wende, das ist safer Ich hab keine Hoffnung mehr zu da Ich hab dich noch mal da Ich hab dich noch mal da Wenn du so gehen Ich hab dich noch mal da Ich hab dich da Nein, du willst nicht Natürlich, ich kann das nicht Du bist Alter, du hast es Alter, lass' es Was? Wo bin ich? Hey, ich hab Kraft! Oh-Gott! 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 Das ist eine Waffe rein! Sieh ja auch gesagt zu die Waffe rein als zu mir selber habe ich es gesagt. Ja zu die Waffe rein! Woll ich wegkauen? Na... Oh-Gott! Die Waffe rein! Du die Waffe rein! Okay... Ey, du dummst laufendes Stück Scheiße! Ich... You, Preya! Na, wenn's ... Was so? was sie nicht wollen ich wollte so viel schleudern ja und hier ist es ihr welcher schweiß er braucht irgendwie aufs Auge oder so aus der Welt die Breiwischen Beklagung die noch nicht ein Tor mit seiner ins Gesicht für die Wirkung sie ist auch ich schieße ja es wäre so epische als ich jetzt selber in der Luft auch auf das macht mich an Reik, da muss ich auch angreifen oder? Drück den Morgen drauf! Aber der Pinn! Ja der hat einen Steckfrausen Hey was ist das Nöule? Loll bin ich in der Tür Komm! Ja, nein! Hören zurück! Ja, nein! Komm! Ich auch nicht, oh mein Gott! Ja, kann der mal rein rennen! Ey, was ist es wieder nicht? Das ist so ein feines Hohle, das ist jetzt die Wecker! Jetzt hab ich es gesehen, wie ich sie weggehe und hab da. Das ist Feuerball super dupe Onyx Hau den Mofs auch die Füße Hauh Boah Hauh Guck dir die Zeit an Gorn Mike Ich habe irgendeine Rätselknochen Alter mein Fuß tut weh Das ist echt total Das ist wirklich sehr toll Wie wie Rätselknochen aussieht Rätselhaft Die Knochen in Form von Fragezeichen. Hey lass mich in Ruhe, ich hau dir aufs Auge. Fass mich nicht an. Frisch mich. Fass mich nicht an, Junge. Was nimmt ihr gegen Doppel-Tigrex? David wird so schnell, ich spür's schon ganz gut in meinem Arm. Ja, alles Tigrex, ich werd so abkacken. Wie haben wir den letzten zu geohnt? Unseren ersten Tigrex? Beide Jagdton, gell? Ja, wir haben beide Jagdton, das war voll witzig. Aber diesmal nimm ich Hammer, weil ich hab kein gutes Jagdton. Oh, meine Beine. Was ist mit deinen Beinen? Ja, ich will jetzt hier ganz am Schneidersitz gucken. Das ist hier voll hardcore, man nennt das auf ne Matratze. Scheiße. Ich bin ungeneckig wie ein Stück. Und der Double Infinity Action. Du kannst das mit links nicht, sprich zum Mikro. Alter, ich kann das mit links voll gut. Wer hat hier sein? Das Ding in Nasig schon. Das sieht so scheiße aus mit links bei dir. Ja, ich kann's mit links nicht, sprich zum Mikro live. Ich bin froh, dass ich überhaupt irgendwas mit links kann. Mein Homo aus dem Scheiß. Philipp, du kannst annehmen. Wen annehmen? Den F.A. Wir kommen nur Scheiß. Den F.A. von Ratalos. Freundschaftsanfrei von Ratalos. Wir verlieren F.A. Geld, weil du ja nur stirbst. Zehn. Du kannst mal aufhören mit meinem Stift zu werfen. Kriegst du das? Was? Ey, Pia, 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 bist du behindert? Alter, jetzt kommt der Krampf wieder, du Homo-Firsch. Der Krampf. Der Krampf im Zehn. Das ist behindert. Das steht im Hölzig, Mann. F*** dich doch. Der scheiß Krampf, der tut zu mega weh, das gibt's gar nicht. Der war jetzt so lange weg. Philipp hat ein Krampf, die Junge. Was heißt das auf dem blöden Krampf im Zehn? Ich weiß es nicht. Ich hab mal nicht so lange. Ich bin da. Das ist da. Ich hab drei fallen. Alter. Ich bin in deinem Kopf, oder? Ja. Das können nicht viele von sich behaupten. Wie juckt's mich denn so am Rücken, ey? Ich kratzt dich halt, Mann. Ich glaub, das ist irgendwie Läuse oder so. Rückenläuse. Jungen. Was? Wir trinken. Philipp, ich mach jetzt mal Ende, geh. Hast du gehört, Philipp? Ja. Okay.